Das Gute zum Geburtstag. Ich glaube, da muss ich auch in den Laden, ne? Du kriegst ja kaum noch einen mit dem Skat. Meistens, ja, die Kleidung, die haben seltenst nur noch einen. Waffenpunkte. Energiefuss. Ach, Markus hat Geburtstag? Woher ich das weiß? Facebook weiß alles. Facebook weiß alles. Alte Socke. Alte Säge. Wie alt bist du jetzt geworden? 14? Ja, das ist genauso alt wie wir, also 4 oder so. Ach, mach ich auch mal. Wie heißt das nochmal? Bankraub, ne? Richtig, ich glaube, so ähnlich war das. Wehe, ich gewinne heute nicht. Na gut, du musst meinen Bot erstmal ein bisschen warm werden lassen, ne? Der hat jetzt schon lange nichts gemacht, der arme Kerl. Der war jetzt drei Wochen im Ruhenstand. Ja, nach gefühlten vier Wochen. Na gut, ich war jetzt drei Wochen nicht online. Also gar nicht. Weder am PC noch, mein Stream-PC war ganz aus. Da war also gar nichts. Ich habe nur abends über das Handy immer mal ein bisschen Twitch geguckt. Aber ich muss, ich bin ganz ehrlich, ich war teilweise abends so fertig. Ich habe um 7, 8 im Bett gelehnt und habe gepennt, ne? Wieso 14? Ne, ne, ne. Ich bin ja erst vier. Vier ist mein Lieblingsalter. So, ich glaube... Ja, dann weiß ich ja, wo es heute Torte gibt und gegrillt ist und ach, lecker. Das gab es gestern bei uns. Ich habe gestern gefeiert. So ein bisschen. Im kleinen Kreis. Nur Schwiegereltern und so. Aber du wolltest eigentlich ein bisschen größer, ne? Ne, gar nicht wollte ich eigentlich. Ne, ich wollte eigentlich gar nicht. Oh ja. Ja, hinter dem auch. Oh, dir. Das kannst du nicht machen. Hm. Genau so. Wir gehen da doch auch hin. Du musst da auch mal was tun. Naja. Du bist auch nur 40 geworden. Ne, ja, ja. Ich kenne da nie. Ich fächelst. Na, das mit dem. Du musst, äh, du musst was machen. Ne. Hier sagt das keiner. Du musst meinen Geburtstag feiern. Wüsste ich noch mal. Ich habe auch keinen 18. gefeiert. Du warst total abgehackt eben, bitte? Das war der letzte Geburtstag, den ich gefeiert habe. Okay. Der 18. Na. Okay. Matsch. Hey, up. Gibt's eine. Eine Fresse. Sonst noch wer ohne Fahrschein hier. Ah. Also die Grafik von dem Spiel ist echt der Knaller. Das muss man mal. Hey, up. Ah ja, okay. Jetzt sind wir hier, wo wir eigentlich rüber gesprungen wären. Gut, dann holen wir uns mal das Upgrade. Ja, wie gesagt, ich habe mir jetzt gestern erst geholt, gestern nur kurz angespielt. Aber, äh, geile Nummer. Mal Explosiv oder aufgeladen? Ah, Explosivschuss. Ach, mit E schließen. So, Explosivschuss. Kaufen. Warum war mir das klar, dass dieser Link, den Markus geschickt hat, kurzer ist? Warum war mir das eigentlich klar? Hahaha. Also, das ist... Ah. Heilig Willkamp-Premium-Versönt. Ja, schick, schick. Oh, oh. Eine Visa-Karte, die würde ich auch nicht haben. Ah. 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 Das ist halt extrem schnell, ne? Das geht halt, äh... So mal chillig um der Ecke spielen, ist nicht. Also, hier bist du nur... Wie gesagt, bin ja jetzt auch noch nicht so weit. Hab jetzt gerade erst angefangen, gestern mal bis ins zweite Level gespielt. So, das haben wir. Das haben wir auch. Ich will dann immer gucken, dass ich keine Secrets übersehe. Wir sind ja bei Doom auch immer reichlich versteckt. Damals schon. Also, eins darfst du nicht sein, wenn du motion-sick bist, solltest du das Spiel überhaupt nicht anfassen. Und du verläufst dich halt hier im Handumdrehen, ne? Das ist... Das geht hier ruckzuck. Dadurch, dass die Bewegungen alle so schnell sind... Stimmt. Ach, sauber, da reicht. Und Doom ist halt genau der Shooter, ne? Er war es schon immer und... Ups. Ich bin, glaube ich, so geil hier für die Sega... Saturn-Konsole. Doom gab es auf dem C64 schon, glaube ich. Das erste war, glaube ich, C64. Der erste Doom war, glaube ich, C64. Komm, fahr um. Ein 5 Minuten gespielt. 5 Minuten bis zur Sonne. Und... Reicht. Mit Doom fing alles an. Hinlegen. So. Oh. Den muss ich... Den muss ich mir... Gesundheit, Gesundheit, Gesundheit. Weg. Hinlegen. So. Weiter geht's. Klatsch. Markus. Was hast du... Hast du den Punkt gestern gemacht? Äh... 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 Normal. Spiel gestern Abend. War gut? Hm? Das war... Jetzt mal hier einen Überblick verschaffen hier über die Situation. Ah. Geht's doch schon weiter. Das war schlecht. Was ist das? Ach. Die Flutten. 's weitergeht. Deinarm. Ich mach mich. Feig. Verste. tha. 1. Oh. So, jetzt war hier irgendwo noch ein Secret. So, ich mach mal ganz kurz Päuschen, unseren Besuch verabschieden, bin gleich wieder da. So, ich mach mal ganz kurz. So, ich mach mal ganz kurz. So, ich mach mal ganz kurz. Hier war doch irgendwo noch ein Secret, verdammt. So, ich mach mal ganz kurz. So, ich mach mal ganz kurz. Weißt du woran das liegt, dass ich bei YouTube ein Schwarzbild habe? Nö. Kann ich jetzt... Ja, noch nie gehabt. Das hat auch noch geklappt. Hatte Fakt, sind die hier nämlich auch noch irgendwo, irgendwie... da? Ja. Da kannst du gar keins mehr gucken, oder...? Ja, doch, geht's, geht's. Schrot. Schrot. Ja, ich mach mal ganz kurz. 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 Ja, ich mach mal ganz kurz.